Ja, liebe YouTube-Freunde, hier ist der Bauer Hause, Zürich, Swiss Motto. Und dank dem Team Bolliger habe ich eine Eintrittskarte bekommen, musste nicht anstehen und kann gerade direkt rein. Ja, es ist jetzt 10 nach 10, seit 10 Minuten ist die Swiss Motto Zürich geöffnet. Aber also am Motto, das kaltes Stand, erstes Bier, 20 nach 10 am Morgen. Für Aprilia wohnen V4100, das wäre eine Maschine. Hier, mein Favorit, Yamaha MT-10. MT-10, das neueste von Yamaha, das wäre was für den Bauer. MT-10, das wäre was für den Bauer. MT-10, das wäre was für den Bauer. MT-10, die BMW governments und Oxfam T-10, das wären Bauer-uyorumen hiebsen und Milen thornen. Wir gehen doch mit dem schnell zum Filig. 1, 2, 3! Gott. Bitte. Ganz mir. Geht das schon besser. Ah und jetzt... Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Und unten auf dem Wasser. Und unten auf dem Wasser. Sollte der Zoll machen, können wir wieder fangen. Jetzt gibt es ein Guinness für den Bauer Hause und den Simon Natros, liebe YouTuber, der Hause trinkt ein Guinness. Sehr gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017